Wer will auch ganz groß werden? Das ist ganz einfach. Das ist easy. Wenn wir heute uns zu Gott wechten, auf seine Stimme hören, und machen, was er von uns vordert, dann ist es egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Und alles, was in der Vergangenheit passiert ist, es ist egal, wir müssen nun nach vorne gehen und bevorsam sein, wenn ich Stimme go forward.